Jetzt schreiben Sie mal, was Sie da dabei haben. Hey, du bist jetzt ein guter Kehleputzer. Einmal noch hin. Ein guter Kehleputzer für die Frau Gebhardt und für mich. Jetzt können wir uns weiter schön... Ein Amuse Girl. Genau, ein Amuse Girl in Aperitif, sie vous préférez, c'est très bien. Wir haben ein bisschen geölt, vorbereitet, Hausaufgaben gemacht. Ja, ja, ich hoffe. Gott. Ich hoffe. Du weißt, shit, like this word, Polly. Ob ich das schon im Schummen? All we are. Here we are. All we are. Yes we are. Nierenentzündung. Ey, Kontrolle. Was ist das da dann? Du sollst es schaffen. Wir haben... Mit Blödsinn machen. Ah, jetzt aber. Aber ein Hörbuch machen wir hier. Ja, ja. Ein Hörbuch. Ja, ja, Hörbuch. Ja, Hörbuch. Sind Sie bereit? Ja, sind Sie bereit? Absolut. Ja, ja, ja. Und dann ist es jetzt gut. Und jetzt ist es gut. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. So, was war's noch mit dem Üben? Wer übt gar nichts? Ja, ja. Nein. Ich. Ha, ja. Ha, ja. Ja, ja. Ich komme zum Trinken und Essen. Kannst du auch nicht verkaufen, kein Staubsauger? Some play the fiddle, some play guitar, we dance on the tables of the cloud bar. Now they're shooting out all the light, we're going to party like pirates tonight.